Ein Highlight auf der INSTANT 2022 bietet wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm. Dieses Jahr auf der INSTANT haben wir wieder ein vielseitiges, umfassendes Rahmenprogramm für Aussteller und Besucher organisiert. Von unserem Fachforum angefangen, Powered by PILZ, unserem Forumspartner, haben wir wieder spannende und informative Vorträge vorbereitet. Es geht dann weiter auch mit unseren Guided Tours, Powered by FIR, RWTH Aachen, die die Touren für unsere Besucher durch die Halle organisieren werden. Was man natürlich nicht vergessen darf, wir haben nicht nur was für die Vor-Ort-Besucher geboten, sondern wir haben auch wieder in unserer Halle ein INSTANT Streaming-Studio, mit dem wir spannende Vorträge nach außen streamen und sich die Besucher dann auch vom Büro oder von zu Hause aus zuschalten können. Zudem haben wir wieder unsere Innovation Area im Einsatz. Die haben wir letztes Jahr zum ersten Mal integriert. Dort präsentieren sich verschiedene Start-up-Unternehmen und zeigen ihre Neuheiten und Produkte den Messebesuchern. Am Abend wird zudem noch der INSTANT Start-up Award verliehen, gemeinsam mit unserem Medienpartner MI Connect. Ich denke, das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen und Sie können sich auf dieses Rahmenprogramm freuen.